Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von TeleBlocher. Christoph Blocher, im Moment, wenn wir die Medien und die Schweiz anschauen, gestern Abend hatten sie ein Podium mit Blick. Es gibt wieder nur ein Thema, die Durchsetzungsinitiative. Ja, das ist interessant. Es gibt ja noch verschiedene Vorlagen. Also am Sonntag. Eben Gotthard zum Beispiel. Ich bin für einen zweiten Tunnel. Für einen zweiten Tunnel, ja. Ich glaube, das muss man machen. Man kann nicht einfach den Kanton Tessin abschliessen für drei Jahre. Ich meine, das ist ja verrückt, wenn man den Zufahrt von Gotthard abschliessen. Und jetzt macht man das. Und die Gefahr, dass man nachher zwei Tunnel mit vier Spuren hat, die ist da. Es braucht allerdings ein Gesetzesplus. Aber die Gegner sagen, es müsse dann eine Verfassungsänderung geben. Das könnte man also auch noch machen. Aber vorläufig ist es ja so gemacht, dass man nicht durchfahren kann, nur noch einspurig jede Seite. Aber ist ja trotzdem interessant. Eigentlich ist das für die Schweiz gerade so ein wichtiges Thema, oder? Ja, sicher auch wesentlich. Natürlich ist es für eine lange Frist auch noch wichtiger. Alle Bestimmungen, die wir machen, die das Verhältnis zu der Europäischen Union betrifft und zum Ausland und die Auslanderkriminalität ist natürlich so ein Thema, sind eben wichtig, dass man es langfristig richtig macht. dass wir in der Schweiz etwas besser oder etwas weniger schlecht dastehen in Bezug auf das Asylwissen. Das ist natürlich, weil wir ein strenges Asylgesetz sind als die anderen. Vor allem, wenn man es anwenden würde. Es wird heute einfach nicht angewendet. Und zwar ohne, dass jemand hier reklamiert. Die VfB ist die einzige. Aber wenn man das nicht gemacht hätte, das geht ja auf meine Zeit zurück. Ich habe ja dort ein strenges Asylgesetz gemacht, wo ich Bundesrat war gegen enormen Widerstand. Also den Widerstand zum Beispiel gegen Frau Sommaruga, die es jetzt anwenden und nicht anwenden sollte. Das ist wichtig. Und das mit der Durchsetzungsinitiative. Wenn wir diese riesen Ausländer... Eben, aber da muss man sich gleich noch klarstellen. Gibt eigentlich mit dem Asyl nichts zu tun? Nein, es betrifft das Asylwesen am Rand. Am Rand, ja. Nur am Rand. Es gibt natürlich auch viele Asylsuchende, die kriminell sind. Und nach dem Asylgesetz kann ich auch nichts tun. Asylsuchende, die kriminell werden, müssen nach Hause. Und zwar sollte man nicht lange untersuchen, ob das ein echter Flüchtling ist oder nicht. Aber das wird auch nicht gemacht. Aber das ist jetzt der Fall eigentlich schon, oder? Oder wäre der Fall? Ja, nur für das Asylwesen. Nur für das Asylwesen. Für das andere... Also wenn jetzt ein Asyl... Aber jetzt müssen wir mal klarstellen. Wenn jetzt ein Asylsuchender heute kriminell würde... Die Regelung wäre so... Dann müssen sie ausgewiesen werden. Und das machen sie auch nicht. Es ist ja immer dasselbe, oder? Sie bringen dann einen Haufen Gründe, warum man sie nicht kann. Wenn sie ein Härtenfall ist, im Land hat er kein Beziehungsnetz und so weiter. Dann können sie einen Gründe bringen, bis zu einem Tubak, weil natürlich das Ausgewiesen werden. Das Land müssen verlassen. Das ist immer härter für den Menschen. Immer! Man kann nicht sagen, man weiss dann aus, wenn es nicht härter ist. Es ist immer härter. Aber es ist natürlich eine ganz grosse Abschreckung. Es gibt viel weniger Straftaten, wenn der ausländische Kriminelle weiss, wenn ich diese begangen habe und ich verurteilt worden bin, habe ich kein Recht mehr, in diesem Land zu sein. Das plagen sie. Das Gefängnis plagen sie nicht. Und um diese Frage geht es jetzt weiter. Es ist schon 2010, als man die Ausschaffungsinitiative gemacht hat. Das ist eine Verfassungsinitiative, die normalerweise Verfassung ist. Und dann der Gesetzgeber. Und der Gesetzgeber hat genau das gemacht, was man am gleichen Sonntag abgelehnt hat. Mit 57% der Bevölkerung haben gesagt, wir wollen keine Einzelfallprüfung mehr. Und wir alle Kantone haben das abgelehnt, sondern gesagt, wenn eine Straftaten sind aufgezählt, alle schweren Straftaten, also Mord, Raub und so weiter. Wenn er das begangen hat, muss er das Land verlassen. Und zwar wird nicht noch geschaut, ist das hart oder nicht hart. Einige Ausnahme ist, wenn er in ein Land zurückgewiesen werden muss, wo er eine Todesstrafe hat oder Folterung und weiss ich was, als zwingende völkerrechtlich vorbehalten. Aber sonst muss er gehen. Und das Parlament hat genau das in das Gesetz, das wir abgelehnt haben. Das Volk abgelehnt hat an der Urne. Die sagten, wir machen noch eine Härtefallregelung. Und jetzt steht, wenn es besonders hart ist für diesen, kann er gehen. Und man muss vor allem schauen, dass die, die hier aufgewachsen sind und so weiter, das muss man besonders berücksichtigen. Das ist die heutige Regelung. Und heute wird praktisch niemand ausgewiesen. Von 57'000 Straftäter werden 500'000 ausgewiesen. Aber das ist doch gleich interessant. Also die Ausschaffungsinitiative ist zur allgemeinen Überraschung vor fünf Jahren, 2010. Die Gesetzesbestimmung, die eigentlich folgt, ist bis jetzt sogar noch nie angewendet worden, oder? Nein. Die ist verabschiedet. Sie müssen jetzt warten, bis die Durchsetzungsinitiative, bis man das weiss. Aber dann treten Sie ja eigentlich mit der Durchsetzungsinitiative gegen Ihre ursprüngliche Ausschaffungsinitiative an. Ja, so wird es drehen. Die Ausschaffungsinitiative hat man gemacht, und im Zentrum steht, werden automatisch ausgewiesen. Es gibt keine Härtenklauseln. Und das Parlament, das haben wir früher gesehen, das haben wir schon nach den ersten Entwürfe des Bundesrats gesehen, die Treiben setzen jetziges Gesetz in Kraft, das das Gegenteil wird, die die Ausschaffungsinitiative hat. Kein Automatismus. Das ist der springende Punkt, oder? Dann haben wir gesagt, wie können wir das durchsetzen, dass endlich das, was das Volk beschlossen hat, gemacht wird. Dann haben wir gesagt, wenn wir warten, bis die mit dem Gesetz kommen, das haben die Schlaumeier natürlich alle gewusst, dann haben wir gesagt, wir können dann das Referendum greifen gegen dieses Gesetz, das noch nicht einverstanden ist. Wenn wir das gemacht hätten, und beim Volk durchkommen wären, würdest du, was das Volk gewesen wäre? Das gilt die heutige Regelung. Es gilt die heutige Regelung, wenn das abgelehnt wird. Also, dann passiert gar nichts, oder? Das haben die natürlich gewusst. Das ist die heutige Regelung, die harmlose Regelung. Ja, ja, ja. Wo keiner ausgeschafft wird. Wo gleich schlecht ist, als das, was sie gehört haben. Und da gehen wir nicht drauf ein. Jetzt machen wir die Durchsetzungsinitiative und erreichen diese ein. Aber wir erklären, wenn es wirklich der Automatismus in der Gesetzgebung und dass sie in Kraft gesetzt wird, ziehen wir sie zurück. Und darum hat auch der Nationalrat zuerst geschlossen, kein Automatismus. Dann haben wir gesagt, ja, ziehen wir sie zurück. Es gibt dann auch so kleine Differenzen wegen dem Deliktkatalog und so. Das ist alles nebensächlich, oder? Aber, wären wir auch einverstanden gewesen, dann hätten wir vielleicht das Delikt nicht drin, das wir drin haben und so. Aber der Automatismus ist wesentlich. Und dann hat es der Ständerort wieder umgekehrt in die Altregel und der Nationalrat hat mitgemacht und haben gesagt, jetzt können wir sie nicht zurückziehen. Es ist ganz wesentlich, dass sie zu Hause müssen und dass sie es auch wissen, dann haben wir weniger Straftäte, wir haben weniger Vergewaltungen, wir haben weniger Opfer, dann machen sie so lange Liste, hu, tausend namhafte Persönlichkeiten sagen gegen die Initiative. Haben wir sie, glaube ich, auch schon angefragt? Ja, ja, schon ein paar Mal. Komitee von Altbundesrat. Ja, ja. Sie sind, glaube ich, der Einzige, der nicht dabei ist, oder? Nein, es sind irrtümlich, hat man mir das geschickt, oder? Nein, es hat noch andere, die nicht dabei sind. Da haben wir gestern einen angerufen, der nicht unterschrieben hat. Also einen anderen Altbundesrat? Ja, ja. Er unterschreibt ja doch nicht. Von der gleichen Partei, oder? Ja, weil, wenn ihr dann schauen, wer die Liste kommt, sieht man, wer nicht drauf ist, oder? Und dann, und das ist auch typisch, oder? Jetzt wird überall so eine dämnhafte Dinge machen. Es geht eben gegen die direkte Demokratie. Der Pöbel soll nicht meinen, jetzt wir, wir sind Staatsrechtsprofessoren, 100, 120, weiss ich wieviel. Wir sagen, da müssen wir nicht stimmen. Wir da oben wissen natürlich besser als da, der Gemeindebürger. Dann kommt der Komitee. Das Beste, namhafte Persönlichkeiten, oder? Jeder, der da drauf ist, eine namhafte Persönlichkeit. Also ich bin nicht drauf. Da habe auch jemand gefragt, willst du da noch mitmachen? Das sind schon tausend. Die fragen Sie an. Ja, ja. Dann habe ich gesagt, Sie. Wir haben eine Liste mit 57'000 Opfern wegen der Auslandskriminalität. Das sind nicht tausende namhafte Personen. Weiss ich, wer es ist, aber auf jeden Fall Menschen, die alle betroffen sind. Es sind nicht mehr alle drauf. Ein Teil ist ja tot, weil die Mörder sind. Man muss ja mal sehen, bei diesen schweren Straftaten sind weit über 60% Ausländer. In den Gefängnissen sind mit 73% Ausländer drin. Da sind ja nicht einfach irgendwelche Vergehen, Packatelldelikte, Verkehrsdelikte und solche Dinge. Der berühmte Oepfel. Wenn ein Nöpfel stillt, ein Ausländer stillt beim Nachbarn einen Nöpfel, wird er dann ausgeschafft? Nein, der wird nicht einmal gestraft. Es gibt keinen solchen Fall, wo einer ein Krieg zuteilt, weil er einen Nöpfel gestohlen hat. Diebstahl allein genützt sowieso nichts, sondern nur eingebruchte Diebstähle. Also die, die in die Häuser eindringen, die Türen zusammenschlägen, die Fenster zusammenschlägen, und dann noch Diebstahl beginnt. Die kommen dran. Aber gleich nochmal zu dieser Automatisierung. Zuerst gibt es ein Urteil. Ja, es kriegt ein Urteil. Und dann muss er noch ins Gefängnis, in der Schweiz. Ja, er muss hier abgesessen haben. Und wenn er noch fertig ist, die 3-4 Jahre, dann kommt ein Landesverweis über. Und dann muss er gehen. Nach Ihrem Vorschlag, oder? Dann muss er gehen. Auf jeden Fall wird ihm der Aufenthalt entzogen. Es gibt Fälle, in denen er nicht gehen muss, in ganz schweren Fällen in einem Land, in denen er so misshandelt wird, dass er gefoltert wird und so weiter. Das ist zwingend das Völkerrecht. Aber sonst muss er gehen. Und vor dem haben sie Angst. Und das schreckt auch ab. Heute wird unter diesen Kreisen gesagt, in die Schweiz kannst du gut gehen, einbrechen und machen. In der Schweiz ist das straffrei. Drogenadel ist straffrei. Weil wir es natürlich viele nicht verwutschen, weil wir keine Grenzkontrollen mehr haben. Das ist auch so ein Unsinn. Alle Länder machen jetzt hier die Schengen-Döblin-Inland-Grenzkontrollen. Und von Merkel sagt, Schengen-Döblin ist tot. Das funktioniert nicht mehr. Es gibt nur noch ein Land, das sagt, nein, nein, wir haben natürlich Schengen-Döblin einhalten. Das ist Frau Sumaruga. Wir mussten keinen Abend. Und da kommen die Verbrecherinnen. Kann man machen, was man will. Aber gleich nochmal zu der Automatisierung. Wie muss man sich denn das vorstellen? Weil das Schweizer Recht beruht ja etwas darauf, dass der Richter irgendwie das Gefühl hat, ja, der könnte sich noch besser, der könnte noch da sein. Der ist dann ausgeschlossen. Also wenn jetzt einer die Strafe hat, dann weiss der Richter... Also zuerst, wenn er beurteilt wird, Straf und so weiter, wird natürlich alles Verhältnismässigkeitsprinzip vom Richter angewendet. Ja, das ist auch unschuldbar, dass er das gemacht hat und so weiter. Und dann wird die Strafe höher oder höher. Das bleibt alles. Einzige Folge, das ein Land muss verlassen, das ist aber nicht eine Straf. Das ist die Folge. Ein Ausländer, der kriminell ist, darf in diesem Land nicht mehr bleiben. Das hat andere Länder auch. Deutschland hat das auch. Sogar in der Verfassung. In Amerika hat das auch. Aber wendet ihr das auch an, oder? Das kann ich nicht im Detail sagen. Also in Amerika wird es auf jeden Fall angewendet. Ich bin mal selber, schon viele Jahre her, bin ich da in Amerika gewesen, mit dem Auto noch ein wenig unbeholfen. Da war ich noch jung. Dann bin ich irrtümlicherweise in eine Einbahnstrasse hingefahren. Nicht weit etwa 20 Meter. Dann hat alles gemerkt. Der hat die Polizei da. Der geht dann her und zu. Ich bin dann ausgestiegen. Ich dachte, warum ist die Polizei? Dann hat er etwas gerufen über den Lautsprecher. Ich wusste nicht, was war. Ich habe ihn nicht recht verstanden. Stay in the car! Stay in the car! Bleib im Auto! Bleib im Auto! So, sofort mit der Schusswaffe. Das ist natürlich amerikanisch. Man ist sofort wieder ins Auto ein, oder? Und dann ist er gekommen, den Ausweis geprüft und so gut sind in die Schweiz und sind nicht weit eingefahren und so. Also, das ist ja strafbar. Da habe ich gesagt, wenn ich jetzt noch weitergefahren wäre, was wäre mir einfach Wunder genommen, was wäre mir passiert. Dann hat er gesagt, Sie als Ausländer müssen unverzüglich das Land verlassen. Ich habe mir nicht gesagt, das ist eine Sauerei. Das ist doch ungerecht. Die Amerikaner können hier bleiben. Und ich nicht. Ich bin Ausländer. Die müssen halt nach Hause. Für das hat man ein Bürgerrecht, dass man ein Land hat, wo man nicht ausgewiesen werden kann, wo man bleiben kann, wo man geschützt ist. Wenn alle anderen gegen einen sind, man kann bleiben. Aber gleich nochmal zu der anderen Regelung. Also, jetzt hat einer irgendwie einen Mord begangen, die Zuchthausstrafe abgesessen. Ohne Durchsetzungsinitiative könnt ihr dann Rekurse einlegen? Oder wie würde es denn gehen? Weisst du jetzt den Unterschied? Ohne Durchsetzungsinitiative kann der Richter entscheiden, ob er gehen muss oder nicht. Und wenn es hart ist, dann kann er bleiben. Das ist die heutige Regelung. Das ist die heutige Regelung. Dann ist es nicht anders. Dann steht es einfach im Gesetz er muss ausweisen, ausser das sei hart. Genau. Und das wollten Sie aber ursprünglich in der Ausstaffungsinitiative nicht, oder? Wir wollten das Gegenteil. Und das Parlament hat noch einen Gegenvorschlag gemacht, der drin ist, nur wenn es keine hart ist, darf man ihn ausweisen. Und das Volk hat den Sepp abgelehnt mit 57% und sämtlichen Kantonen, und das ist eben wichtig, bei der Verfassungsbestimmung. Sie haben auch Nein gesagt. Und das Parlament hat die Unverschämtheit, das zu machen, was das Volk abgelehnt hat. Das ist doch nicht in der Ordnung. Und dann noch zu sagen, du kannst ja das Referendum umgreifen, wenn man mit dem Gesetz nicht einverstanden ist. Wenn du dann durchkommst, im Volk gut, dann ist das abgelehnt. Dann gilt aber wieder das alte Gesetz. Warum, glauben Sie, haben die Gegner von dieser Ausschaffung oder Durchsetzungsinitiative das Motiv? Warum wollen sie diese Automatisierung sein? Also, es sind zwei Gründe. Erstens, wir waren ja alle gegen die Ausschaffungsinitiative, die wir jetzt als Unterschriften sammeln. Die haben sich nicht abgefunden mit dem Volksentscheid. Und dann mussten sie in der Gesetzesvorlage darüber entscheiden. Und bei der Gesetzesvorlage haben sie gesagt, jetzt machen wir gleich das, was wir haben wollen. Das ist ein Rechthaberei. Zweitens, man muss sehen, die direkte Demokratie, das ist, dass der Bürger Gesetz bestimmt. Das ist das Glauben an den Bürger. Und die wollen Glauben an die Eliten. Darum machen es alles elitäre Vereinigungen. Alles Staatsrechtler. Alles Altbundesräte werden es dann noch kommen. Die Altbundesräte sind jetzt auch gegen das Gesetz. namhafte Persönlichkeiten. Hier ist der Architekt Demirand, der hat den Namen als Architekt. Die ganzen Höhe sind da anderer Meinung als der Bürger. Der dumme Bürger, das ist die gleiche Auseinandersetzung, wie die man das Wahlrecht eingeführt hat, wo die Eliten gesagt hat, das dumme Volk kann doch nicht wählen. Wir haben den Glauben in die Bürger. Und wir haben gut, wenn wir an die Bürger mehr Vertrauen haben, als in die Eliten. Das Unrecht in Europa in den letzten 150 Jahren sind nicht vor allem durch die Bürger entstanden, sondern durch die Eliten. Wenn man es vergleicht, vor zwei Jahren war eine Masseneinwanderungsinitiative. Von der Stimmung her ist es vergleichbar. Ich kann ein bisschen die Eindrücke. Es ist ein bisschen weniger emotional als vor zwei Jahren. Ja. Insofern stimmt es. Es sind natürlich in der Auseinandersetzung auch strafrechtliche Differenzen. Einer Detail, oder? Die Durchsetzungsinitiativen gelten nicht für das Jugendstrafrecht. Jetzt gibt es Juristen. Da gibt es immer einen Juristen, der wieder anderer Meinung ist. Das ist ja eine alte Geschichte im Volksmund. Wenn vier Juristen miteinander sind, hast du vier Meinungen. Weil der könnte ja alles so drehen, dass es ist. Und wenn dann auf das Gelehrteins rauskommt, dann wird da gestritten. Das ist nicht eine Volksauseinandersetzung. Da geht es darum, ob automatisch oder nicht automatisch. Um die Detail geht es natürlich auch gar nicht bei so einer Volksabstimmung. Das ist aber die wesentliche Frage. Und dann muss man sehen, es ist natürlich auch ein Misstrauen gegenüber den Richtern, die einfach die Leute nicht ausgeschafft haben. Und jetzt geht es halt ins Internationale. Das ist es. Sie sagen, international müssen wir aufpassen. Wegen den bilateralen Verträgen wieder einmal, wegen der Personenfreizügigkeit, der europäische Menschenrechtsgerichtshof und so weiter. Da kommen wir in Konflikt mit internationaler Gesetzgebung und so weiter. Und da sind es immer auf der Seite des Internationalen. Und dort sind es auf der Seite des Internationalen. Weil wenn es internationales Recht anwendet ist, das Volk austrickst. Es geht darum, um den Bürger austricksen. Darum jeder, der etwas sagt, das das Volk denkt, ist ein Populist. Nein, das ist ein Populist. Ganz schlimm ist es ja in Deutschland, wenn einer etwas Krittisches sagt gegenüber der EU und so weiter, wird dann sofort in der rechtsextremen Ecke nie getestet. Die wissen gar nicht, wie die den Rechtsextremismus fördern mit dem. Der Rechtsextremismus wird gefördert in den Anliegen, die die Bevölkerung hat, nicht aufnimmt und es tot schwiegt. Und umfasst ächtet. Dann rennen die Leute nach ihnen Ecken nie zu der Partei, die das Anliegen aufnimmt, die das Volk plagt. Das ist in der Schweiz etwas weniger möglich. Gerade die direkte Demokratie, da muss man nachher von der Urnenabstimmung sprechen. Auch jetzt sehe ich es wieder. Natürlich, die Presse ist wieder, wie immer. Alles miteinander, Mainstream-Presse. Es ist selbstverständlich gegen die Initiativen, selbstverständlich gegen die SVP. Das überlagert natürlich auch das gute Abschneiden von der SVP. Die Gegnerschaften haben natürlich noch mehr mobilisiert. Wer leider hat Brot, wer keiner hat Not und der eine ist die grösste Anerkennung. Das ist enorm. Das überlagert sich alles. Und im Moment ist es gar keine Auseinandersetzung mehr um die Durchsetzungsinitiative, sondern für oder gegen SVP. Jetzt ist ja gerade noch im Kanton Zürich, das ist gestern bekannt worden, die Alfred Heer zurückgetreten als Parteipräsident. Was ist das für ein Signal? Ja, das hat es jetzt auch ein paar Jahre gemacht, nicht, dass die Parteipräsidenten bleiben. Das ist doch die wichtigste Kantonalpartei, wenn man so will. Ja gut, aber es hat natürlich nicht mehr die Bedeutung für die schweizerische Partei, die nicht Präsident war. Wir mussten die ganze Partei auf eine neue Grundlage stellen, weil es unter 10% war, also 9,9% hatten wir in den Wahlen 75, als ich nachher Parteipräsident wurde. gesagt, wir mussten etwas anderes machen. Und wir haben von Kanton Zürich her eine neue Richtung aufgerollt. Und heute ist es die allergrösste Partei. Und heute müssen auch Zürcher nicht mehr vorangehen. Alle Parteien haben heute eine gute geschlossene Meinung. Das ist vor allem, wo wir dann die Abtrünnungen BDP, wo wir nach der BDP gehört, nicht mehr in der Partei haben, ist es geschlossen. Wir haben also keine grosse Differenz. Wir haben immer einzelne und andere Meinungen. Das muss ja so sein. Aber Zürich hat nicht mehr diese Funktion. Und die brauchen jetzt auch einen Präsidenten, der wieder stark intern schaut, dass der Kanton Zürich starke Sektionen hat. Da hat es auch viele Mängel. Und da braucht wieder einen Präsidenten, der das macht. Und der hat es jetzt gemacht, gut gemacht, lange Jahre gemacht. Und der hat jetzt auch zu viel. Zu viel mit dem Nationalratsmandat. Dann hat er noch das Europa. Er ist ja noch im Parlament in Strasburg. Jetzt ist er noch Präsident der schweizerischen Gruppe. Er braucht einen Parteipräsident, er muss sich Zeit nehmen für die interne Belange. Und diese Zeit hat er nicht mehr. Und darum hat er gesagt, jetzt können wir wechseln. Und den Wechsel muss man nach den Wahlen vornehmen. Sonst kommt man vor die nächsten Wahlen an. dann kommt ein neuer Präsident, bis er noch eingeschafft ist. Also das ist richtig, dass er jetzt zurücktritt. Das ist ja wie bei Toni Brunner auch. Er hat gesagt, ich bleibe jetzt nicht noch zwei Jahre und nachher vor den Wahlen muss ein neuer kommen. Das ist ja dann ihre persönliche Entscheidung. Aber hat sie schon einen Favorit? Oder gibt es schon einen? Nein, nein. Bei uns hat es schon jemand, der es gerne will. Da muss man gut schauen, warum sie das will. Wenn sie es nicht wegen der Arbeit und der Partei zum Erfolg bringen, sondern sich zum Erfolg zu bringen, dann müssen sie die mal ausschalten. Und solche hat sie immer. Aber die, die man wirklich nehmen kann, weil sie wirklich etwas leistet, die muss man jetzt suchen und auch nicht tun soll. Zwei, drei sind in Diskussion, aber die will ich jetzt nicht nennen, sonst sind die dann schon bereit, wenn sie es nicht sind. Also, Christoph Blocher sind wir gespannt, wie sich das entwickelt. Die Durchsetzungsinitiative ist sicher noch das Thema in den nächsten Wochen. Tele Blocher ist das gewesen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.